So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück bei Rames, den dritten, oder weiß ich nicht welcher Rames das eigentlich war. Und wir sind heute wieder unterwegs, ähm, ich hatte das Ding schon einmal aufgenommen, die Scheißwand man im ganzen Ding. Deswegen, es hat leider nicht gespeichert, äh, beziehungsweise es hat gespeichert, aber ich war so dämlich gewesen, äh, ich hab den Audio-Outputs, äh, leider vergessen reinzustecken. Das bedeutet, ich hab die ganze Zeit umsonst geredet. So, das Ding mach ich nicht mal zerstören, dann hab ich das gleich wieder hier hinten. Das kotzt mich sonst irgendwann mal an, dass er dann so viel holen kann. Und jetzt ist er bei uns an der Ablenkung oder bei uns an der Defensiven. Und ich hab das schon, wie gesagt, ich hab das Spiel schon durchgespielt. Ich muss wirklich sagen, auch wenn ich das Spiel durchgespielt habe, das Ende ist einfach genial. Ich werde trotzdem lachen und es ist einfach genial, das ganze Spiel jetzt am Ende nochmal. Aber wie gesagt, ich hab das eben schon durchgespielt, deswegen kenn ich schon alles. Und wir springen lieber mal runter, als durchzufliegen. Ja, er ist bei meiner Abwehr schon lange durch. Ich muss gucken, dass wir jetzt bei ihm mal durchkommen. Ich hatte letztes Mal, hab ich das im zweiten Versuch geschafft. Aber wie gesagt, äh, ich hab die Aufnahmen auch schon gelöscht. Und jetzt hoffen wir mal. 142. Naja, hm. Hm, er hat mehr Schaden gemacht, sicherlich. Und unsere Abwehr ist weg. Unser fucking ganzer Abwehr ist weg. Was hat denn der hier angestellt? Und er ist schon wieder im Rollen. Und wir aber auch gleich hinterher, das ist gut. Wir haben ja noch unsere Leben. Banken hier oben, die verdrehen auch noch gut Geld. Und ab Marsch, wir müssen hier durchkommen. Man muss immer sehen, wie man am besten durchkommen möchte. Weil entweder holt man sich verschiedene Abwehr. Ich bin doch drüben. Ich hab sogar irgendwas zerstört. Das Geile ist, ich starte dann hier drüben. Oh. Oh, da gab's nochmal einen Booster. Ja, ich wollte gestern anfangen, die Sachen zu schneiden. Leider ist mir dann eben aufgefallen. Hoppala. Da fehlt hier die ganze Audio. Da war, hab ich dann gemerkt. Ich hab nämlich den Stecker mal umgesteckt gehabt. Für eine Sache. Und deswegen hab ich das komplett vergessen gehabt. Naja. Dann ist es eben so. Muss ich mir das Ganze nochmal aufnehmen. Die Zeit hab ich ja. Die Lust war gestern zwar nicht da. Das Ganze nochmal aufzunehmen. Aber, äh, ja. Warum denn eigentlich nicht? Das Spiel ist an sich ziemlich, ziemlich geil. Und ich flieg hier runter. Ich bin fast schneller am Ziel als er. Juhu. Was wäre denn jetzt passiert, wenn ich jetzt ans Ziel dran geflogen wäre? Das hätte mich mal interessiert. Wir holen jetzt 40 Schaden. Noch weniger als vorhin. Aber wir beide sind gleichzeitig angekommen. Das ist schon mal okay. Ach, guck mal. Ich bin auf der anderen Strecke drüben. Loll. Was ist denn das denn für ein Bug? Oder ist das wirklich so vom Spiel aus? Oh, ich hab noch Geld und ich hab noch nicht gemacht hier großartig. Äh, komm. Hier irgendwas jetzt reinballern. Komm, der muss irgendwie aufgehalten werden. Ah, los geht's. Wir haben ja kein Geld mehr. Scheiße. Hat schon lange losmachen können. Ich hätte auch in, äh, diesen Part schon eine andere, äh, Dings mitnehmen können. Äh, eine andere, den anderen Ball, diesen Sandball dort oben. Ähm, möchte ich aber nicht, so wie, äh, den zusätzlichen Platz habe ich auch nicht belegt. Wenn das aufgefallen ist. Weil ich möchte doch schon ein bisschen so machen, dass ich, äh, das eben gerade erst spiele. Weil sonst wäre es ja vielleicht unfair. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich ja eine Einheit mehr annehmen könnte. Hätte ich jetzt zum Beispiel noch, oh, das Schiff mitnehmen können. Oh, oder Bomben. Stimmung machen. Und ich bin unten. Juhu. Oh, Schenny drüber. Läuft. Und ich habe noch knapp einen Tag Zeit, um so weit vorproduzieren, wie ich möchte. Schei. Alter. Diese Geschwindigkeit. Um vorproduzieren, wie weit ich möchte. Und die Zeit möchte ich natürlich auch noch heute nutzen. Heute ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Und Donnerstag möchte ich natürlich auch schon ein bisschen aufräumen. 144. Oh. Ja, ich habe den Blitz noch gesetzt. Aber er war daneben. So. Wow. Ich wusste, dass da was ist. Das war mir klar. Ist gut, wenn man dann diese Mauern hat. Da kann man das gut verstecken. Ich hoffe nur, er wird jetzt genug aufgehalten, dass wir hier durchkommen. Oder er vernichtet uns. Ich habe Angst. Ich bin mir schon relativ sicher, dass wir das hier nicht mehr schaffen. Mögen wir durchkommen. Also vor ihm durchkommen. Wir kriegen keinen Schaden mehr drauf. Wir haben es doch noch geschafft. 132. Er wird es auch schaffen. Da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Obwohl mit der Kuh dran. Er hat es nicht geschafft. Nice. Okay. Gut. Da geht nochmal die Brücke kaputt. Ja. Nächstes Mal sehen wir uns natürlich dann hier. Bei Teil der Könige. Wenn euch das ganz platt gefallen hat, gibt es noch eine Runde. Wenn euch einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen würdet oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao. Ciao.